Ein Apple-Event am 10. September mit neuen iPhones, keine neuen iPads, aber vielleicht neue Macs. Dazu sollen die iPhones am 20. September rauskommen und iOS 7 und Mavericks sehen wir wahrscheinlich auch am 10. September. Damit ja, moin Leute und auf geht's zu iPhone 5C und 5S Gerüchten. Viel Spaß! Apple ist im Zugzwang. iOS verliert zur Zeit ziemlich drastisch an Marktanteilen und deswegen müssen jetzt auch irgendwann neue iPhone-Generationen herauskommen. Und wir alle freuen uns drauf. Ich bin sehr gespannt, was die neuen iPhone-Modelle bekommen und was sie kriegen für Features. Ob es ein richtiges Killer-Feature gibt, was es ja irgendwie beim iPhone 5 nicht ganz so gab. Ich weiß nicht, also... Aber was bringen uns die neuen iPhones? Schauen wir uns doch mal an und wir fangen an mit dem iPhone 5S. Das iPhone 5S soll erstmal aussehen wie das iPhone 5, aber es soll in vier Farben kommen, nämlich in Schwarz, Weiß, Silber und Gold Champagner. Betrieben werden soll es vom A7-Prozessor, wahrscheinlich Quad-Core diesmal, einfach um auch auf dem Papier besser auszusehen als andere Android-Handys oder zumindest Schritt zu halten. Der Prozessor soll 31% schneller sein und ich bin gespannt, wie viel Power er in das Haus packen werden kann. Außerdem sollen wir eine 12 oder 13 Megapixel-Kamera sehen mit Dual Flash, also zwei LED-Blitzen. Erwartet wird auch ein Fingerabdrucksensor und einem konvexen Homebutton. Das bedeutet ein Homebutton, der nicht mehr nach innen gewölbt ist wie zur Zeit, sondern nach außen. Mal gucken, ob ein Fingerabdrucksensor mit reinkommt. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, so für das mobile Bezahlen und so weiter, aber wer weiß, vielleicht hat Apple ja auch was ganz anderes damit vor. Außerdem soll das iPhone jetzt alle LTE-Frequenzen packen, also dass wir auch in Deutschland zum Beispiel mit Vodafone ins LTE-Netz gehen können. Und erwartet werden vielleicht auch 128 GB Speicher, wie es ja das jetzt auch schon bei den iPads gibt. Man sagt auch, Apple experimentiert mit größeren und, naja, wahrscheinlich nur mit größeren Displays. Kleiner werden sie wahrscheinlich nicht mehr gehen, aber mal schauen, was dort rauskommt. Aber es wird nicht erwartet, dass das iPhone 5S schon ein größeres Display besitzt. Also Apple hat wohl mit 4,7 und 5,7 Zoll experimentiert. Schauen wir mal, was da uns dann erwartet, ob das dieses Jahr schon kommt oder wahrscheinlicher erst nächstes Jahr. Um mehr Marktanteile zu bekommen, um iOS wieder aufzuwerten, arbeitet Apple wahrscheinlich auch in einem günstigen iPhone, das wahrscheinlich iPhone 5C heißen wird. Und es heißt C wahrscheinlich für Color, denn das iPhone soll ein 4 Zoll Retina Display haben und sozusagen vom Inhalt her, von dem was drinsteckt, ein iPhone 5 sein. Aber eine Plastikverpackung haben, die in ganz, ganz vielen Farben zu uns kommen wird. So wie der neue iPad Touch oder der alte iPad Touch, also der aktuelle iPad Touch. Als Kamera soll dort drin eine 5 Megapixel Kamera verbaut sein, mal gucken, was da kommt. Und das Gerät soll kein Siri haben. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. 300 Dollar soll es wahrscheinlich kosten, also sagen wir mal 300 Euro, wenn Apple das immer so ummodelt. Das wäre teurer als der aktuelle iPod Touch. Von daher finde ich schon etwas seltsam, aber wer weiß, vielleicht kommt auch ein neuer iPod Touch mit raus. Dazu gibt es allerdings jetzt noch keine Gerüchte, die ich irgendwie gefunden habe, die irgendwie interessant waren. Aber ohne Siri, ich meine, hallo, jedes iPad hat es, also alle neuesten iPads, alle neuesten iPhones, alle neuesten iPod Touches haben Siri. Warum sollte das billige iPhone auf einmal kein Siri bekommen? Also so ein krasser Verkaufspunkt ist Siri dann doch auch wieder nicht. Vielleicht ist es aber auch so, dass Apple die Gerüchte selbst streut, um Schwachstellen aufzudecken in ihrem System von Geheimhaltung und so weiter. Dass man nicht mehr weiß, was wirkliche Gerüchte sind und was nicht. Vielleicht gibt es auch überhaupt kein günstiges iPhone und Apple hat das nur als Gerücht gestreut. Wir wissen es nicht, aber es könnte sein. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein günstigeres iPhone gibt. Und was erwartet ihr eigentlich vom nächsten iPhone? Werdet ihr es euch zulegen oder nicht? Ein Review werde ich natürlich versuchen auf alle Fälle hier auf dem Kanal online zu bringen. Aber was erwartet ihr am nächsten iPhone? Was wollt ihr gerne sehen? Würde mich freuen, wenn ihr das mal kundgebt. Dann war es das mit dem Video. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.